The Boss Baby im Disney Channel Heute haben wir für euch wieder die Boss Baby-Tipps. Tipp 1. Hab immer einen Plan B. Ich bin eine Gewinnerin! Stacy! Plan B ist ein Desaster. Wir brauchen einen Plan C. Bleiben wir doch lieber bei Plan B. Tipp 2. Bleib immer locker. Oh, das ist die Milch gegen Reiseübelkeit. Sie macht mich müde und vollkommen kanker. Du machst mir irgendwie Angst. Meine Hände sind ein hübscher kleiner Vogel. Flatter, flatter, flatter. Das ist ein Kuhvogel. Tipp 3. Kenne deine Feinde. Seht euch das Kätzchen an. Es will eure Liebe einzig und allein, damit ihr eure Deckung fallen lasst. Krallen, Blut vergießen, Anarchie und Terror, das Ende der Welt. Danke. Tipp 4. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. So wie es aussieht, bist du hier noch längst nicht fertig, Templeton. Ich kümmere mich mit Stacy um das Jimbo-Problem. Das hier ist deine Baustelle. Ähm, gibt es hier einen Wachdienst oder sowas? Drillinge! Hi! Ruf mich an, wenn ihr ihn unter Kontrolle habt. Riskiert nicht meinen Job! Tipp 5. Sei immer mutig. Keine Freiwilligen? Wirklich niemand? Nein, du? Nein, was? Oh, tja. Ich schätze, dann geht der schicke neue Lauflernwagen wohl an mich. Ich melde mich freiwillig. Oh! Wirklich? Was hat der gesagt? Äh, Verschiedenes über unsere Mutter. Besser, du weißt es nicht. The Boss Baby. Montag bis Freitag, 19.45 Uhr im Disney Channel. Baby!